Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Was macht ihr denn in den Winterferien? Ähm, noch wissen wir das nicht. Ich gehe drei Tage ins Kunsthaus und ich fahre nach Tschechien. Skiurlaub? Ja. Wofür bringen Sie denn Ihren Winterurlaub? Ähm, also jetzt gerade hier auf dem Eis, aber wirklich Urlaub habe ich nicht. Also jetzt gerade zumindest nicht. Ich bin selber in der Ausbildung noch und lerne Industriekauffrau. Und ja, habe nächste Woche halt wie eine Berufsschule und genieße jetzt einfach das Wochenende. Ähm, wir werden nach Rügen fahren, in den Urlaub. Und ja, da Schlitzschulaufen gehen und ja. Ähm, wir fahren nach Österreich, Ski. Skiurlaub? Ja. Und was machst du denn mit der Ferie? Ich treffe mich mit Freunden. So ein bisschen. Spielen. Hast du auch schon was vor in der Mitte? Ähm, wir bleiben wahrscheinlich zu Hause und ja, treffe mich mit Freunden. In den Winterferien vor? Nein. Also noch nicht. Nichts Besonderes, ne? Nachgefragt das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.